Hallo, in diesem Video nur ganz kurz gezeigt, wie Sie Ihr Windows 10 schneller machen können. Naja gut, streng genommen stimmt das natürlich nicht, aber der Rechner fühlt sich zumindest schneller an. Microsoft kann es wirklich keinem recht machen. Mit Windows 10 wurde das schnellste Windows aller Zeiten angekündigt. Es wurde sogar schneller sein als das damalige Windows 7. Als es dann 2015 erschien, waren sich fast alle sicher, dass es auf jeden Fall das hässlichste Windows aller Zeiten war. Sogar meine Kollegen und die verstehen was davon. Seitdem hat Microsoft mit jedem Windows-Update ein wenig nachgerüstet. Ein Rahmenschatten dort, eine Animation hier. Naja, und die einen meinen natürlich auf Druck des Nutzers und die anderen meinen, weil Microsoft eh das Rennen um die mobilen Geräte verloren hat, gibt's auch eigentlich keinen Grund mehr, das verspottete Flat-Design weiterzuführen. Nun, vier Jahre später, sieht Windows schon wesentlich gefälliger aus als noch 2015. Weswegen sich die Leute nun anfangen zu beschweren, dass ihr Computer zumindest gefühlt durchaus langsam geworden ist. Damit scheint sich Microsoft mit Windows 10 dann auf eine ganz andere Art ebenfalls ins Knie geschossen zu haben. Waren es früher die Nutzer gewohnt, dass ihr Rechner ein Windows-Leben lang funktionierte, also ein Rechner für Windows XP gekauft, er hielt dann auch bis zum Ende von Windows XP. Oder andersrum ausgedrückt, er verkraftete die Updates. Natürlich, der war für Vista zu langsam, aber dafür war er ja auch nie beworben worden. Aber Rechner, ein paar Jahre alt und mit dem Windows 10 Ready Kleber auf dem Gehäuse, die sind inzwischen längst nicht mehr Windows 10 tauglich. Eben, weil Microsoft mit den großen Updates auch schon mal gerne die Hardware-Voraussetzungen nach oben anpasst. Nun, wie dem auch sei, in gewissen Maßen können wir das sogenannte iCandy unter Windows 10 auch wieder abschalten. Machen wir das Vorher-Nachher-Spiel. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf das Startmenü drücke, dann fährt das von oben nach unten rein. Da haben wir hier so eine kleine Animation. Und wenn ich jetzt hier auch die Buchstaben auswähle, bevor ich hier die Komplettansicht bekomme, dann zoomen die da auch rein und raus. Auch das eben Animation. Oder eben besonders in der Kritik, wenn ich hier auf die Benachrichtigungen klicke. Klar, die kommen auch reingefahren, aber in schönstem hässlichen Grau, um dann erst im letzten Moment die Hintergrundfarbe anzunehmen und so weiter und so fort. Und das Ganze setzt sich dann hier ein. Das wurde jetzt auch gerade eingeblendet und so weiter und so fort. Also diese Möglichkeiten, die können wir da alle abschalten. Und um das Ganze abzuschalten, einfach auf die Windows und gleichzeitig auf die R-Taste drücken. Dann bekommen wir nämlich hier den Ausführen-Dialog angezeigt. Und hier tippen wir ein S-Y-S, also Sys-D-M und dann Punkt C-P-L. Klicken wir auf OK. Dann bekommen wir hier die Systemeigenschaften. Dann klicken wir auf den Karteireiter Erweitert und dann haben wir hier oben direkt als ersten Button die visuellen Effekte. Dann klicken wir hier auf die Einstellungen. Dann haben wir hier die visuellen Effekte und die können wir natürlich dann nach Belieben ein- und ausschalten. Zur Demonstration werde ich jetzt einfach mal die Holzhammer-Methode auswählen. Das heißt, optimale Leistung, also maximale Geschwindigkeit und damit jetzt hier keine Animation mehr. Auch wenn ich hier auf A klicke oder eben auf die Buchstaben. Ich bin also direkt da. Und hier auch. Was dann zumindest für meine Begriffe dann ein bisschen übertrieben ist, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel das Fenster ziehe, dann ziehe ich nur nach den Rahmen. Das würde ich wahrscheinlich dann einschalten oder nur abschalten, wenn es denn unbedingt sein muss. Aber wie schon gesagt, das Feintuning, das können Sie dann selber durchführen. Okay. Bis zum nächsten Mal.